. . . . . . . Unverkenbar die Stimme von Luca Henni. Er muss hier nebenan gerade am Üben sein. Vor einem Jahr hat der DS DS gewonnen. Und seit dort ist in seinem Alltag nichts mehr gleich. Er ist zum richtigen Teenie-Schwan geworden. Trotzdem sind ein paar Sachen geblieben. Nämlich die Liebe zu seiner Freundin Tamara, seine Bodenständigkeit und seinen riesigen Erfolg. Man sieht hier viele Fanbriefe und Botschaften. Und hier kommt der Böschler für mich. Hallo, nehme ich gerade mit für ihn. Wunderbar. Danke vielmals. In Südendorf kennt man Luca Henni. Ich bringe es rein und schaue, wie er hier wohnt. Let's go, we get a little shameless.